Ja da ist er schon Erster Kick ist gekommen, kommt zu euch rüber Okay die war gleich wieder rein Ja muss näher zusammen das ganze Genau das wollte ich wissen Die Typus nicht bewegt, ob sie dann gleich auslässt Äh jo ich hab auf einmal ein Hallo Ja ja Mit schwarzen Bildschirm bekommen gerade eben Ja lock einfach schnell wieder rein So die nächste Kugel kommt wieder von hinter mir Ich zieh den dann auch bisschen in diese Richtung Und dann dreh ich ihn weg wenn die Kugel da ist Mit dem Bildschirm wird auf einmal voll schwarz für 10 Sekunden Jetzt gehts wieder Ja eventuell der Grafikkartentreiber Das war eine Kami-Frage Eeeh Sieht der Strahl und der Kopf ja nun vorbei Ja, da kommt er. So, ich bin dran, ziehe ich's eher. Genau so, jetzt dreh ich ihn. Jo, geht durch diesmal. Oh, rein, knapp. Oh doch, ganz knapp. Unsere Gruppe nochmal ran, und dann versuche reinzunehmen. Jetzt schon? Ja, ja. Okay, alle Mitte. Mach Kampfrausch. Easy, jetzt muss ich einfach ein bisschen ranziehen. Genau in die Mitte stellen bitte. Ich hab immer in dieser Phase blau und schwarzen Bildschirm. Jo, hier ist auch alles schwarz. Nicht, dass du das verwechselst. Vielleicht die Helligkeit in deinem Bildschirm etwas weiter hoch. Okay, da scheint immer mehr Schaden zu machen, Digga. Naja, macht so viel mehr Schaden, wie wir die Gruppe bouncen. Dass du höheren Schaden machst, ja. Genau. Sollte man sie auch nicht zulangen. Genau. Also ich würd sagen, wir machen es immer dreimal. Das passt so, ja. Dann kommen wir ganz gut hin. Aufstellen. Aufstellen. Nicht vor dem Brust vorbei laufen. Alles in unserer Gruppe, das ist kacke. Kannst du versuchen diesmal die Kugel bei der anderen Gruppe zuerst zu machen? Bei blau? Jo. Wird gemacht. Jo. Danke. Komm ein bisschen weiter hinterher. Gut. Das war im Center. Achtung, an der Seite, ne? Ja. Nein, wir müssen ein bisschen weiter weg gehen. Wir müssen hier so hin. Ja. Geht durch den Bass durch. Ja. Jetzt ihr drücken nochmal und drehen. Ja, geht rein. Geht rein. Geht rein. Ja. Perfekt wieder zusammen, tot und kaum kam. Ja. Die andere Gruppe war etwas zu weit weg. Wenn sie zu lange braucht, dass sie drüben aufschlägt, dann geht sie halt rein. Dann muss ich heftig hinterher werden. Das schaffe ich nicht. Das nächste Mal mach ich dann die beiden wieder, ne? Jo. Macht der hier unten eigentlich auch den komischen rosa Strahl? Nö. Jetzt hab ich das gesehen. Jetzt hab ich das gesehen. Das macht echt gut Schaden. Ja. Jetzt würde ich die andere Gruppe zuerst. Ja, jo. Jetzt muss ich wieder Branchen machen. Das ist auch anmisch. Aber dann gehen wir weiter. Die Gruppe zu dem Branchenmarkt vielleicht doch ein bisschen. So, warte. Spawn uns ganz langsam weiter. Ey, ihr seid halt jetzt schon fast 90 Grad verschoben. Du hast 180. Ja. Das müsst ihr eine Gruppe heftig laufen. Okay. Jetzt schon, der kann richtig viel, der Boss. Kugel komm. Ich bin dran. Wird rüber geschossen. Boss holen, oder? Nein, nein, nein. Jetzt kannst du aber schon in den Boss. Jetzt kannst du aber schon in den Boss. Ja, ja, pass. Jetzt aber, jetzt fahren. Komm. Ich glaube du läufst mal in die Form. Ey, ey, priviert noch mal bounce. Geht mal ein bisschen weg von der Kugel. Battle-Restin. Wajajajajajajajaj. Wir versuchen rein zu ziehen. Jetzt war die Kugel. Vielleicht gedaufen, oder? Ääääää. Ne, ne, wieder nicht. Ne, kein Problem. Ich sprann dahin. Geht dann. Dann musst du nicht schaffen. Doch, aber ich... Warte, ja doch. Zongsen. Kugel rein. Warte. Weg, ja alle weg. Alle weg vom Boss. Jo. Ich hab mich geopfert für euch Ich hab mich geopfert Beim zweiten Mal war er aber höher Ja beim zweiten Mal war er so ultra krass Ja da war kein Ding totem Shami totem Shami scheint OP zu sein Also kam Woka A was das war Ich seh schon wieder nix Na Guck mal wenn ich da meine Nitro Booster nicht ready hätte Wo ist meine Load Wo ist meine Load Oh I have to easy Oh Oh